Also jetzt noch mein Endfazit zu einem 30er Cube und ob man CO2 braucht. Würde ich sagen, würde es ohne CO2 nicht zu gut laufen. Und hier habe ich auch kein CO2 und da habe ich auch wieder CO2. Das läuft auch ohne CO2 und hier habe ich auch eine CO2 Anlage installiert. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Update zum 30 Liter Nanocube ohne CO2. Und gleichzeitig wollte ich euch bei meinen Aquarien zeigen, warum man CO2 braucht und wann vielleicht auch nicht. Weil ich habe auch ein paar Aquarien ohne CO2. Und zwar habe ich den Cube hier vor ein paar Monaten eingerichtet. Und das Ganze ohne CO2. Und ich wollte es mal probieren, wie das so funktioniert. Und seitdem habe ich noch ein paar Aquarien ohne CO2 eingerichtet. Beziehungsweise hatte ich auch schon eins. Ich würde sagen, wir fangen mit den Aquarien an. Ich zeige euch das, wie es sich so entwickelt hat. Und zwar, wie man so sehen kann auf den ersten Blick, schaut es richtig gut aus. Richtig voll, richtig grün. Und für das, dass es kein CO2 hat. Also würde man denken, dann braucht man gar kein CO2. Und wenn man genauer schaut, schaut die Pflanze hier, das Hämianthus glomeratus, gar nicht so schlecht aus. Also die ist hier echt überwuchert. Ich habe ja auch fast nichts zurückgeschnitten. Vor allem jetzt die letzten Monate habe ich hier fast nichts mehr gemacht. Ich habe auch relativ selten Wasserwechsel gemacht. Aber immer wieder mal. Und das Hämianthus glomeratus hat sich richtig ausgebreitet. Das hatte ich ja nur in den Hintergrund gesetzt. Und am Anfang sah es nicht so gut aus. Da war es mir fast gar nicht mehr da. Und dann später ist es wieder gekommen. Aber ich habe noch mehr Pflanzen eingesetzt. Und die sind zum Teil verschwunden. Also wie man hinten sehen kann. Die Stängel unten sind noch ziemlich kahl. Hier sind auch noch ein paar Stängel von anderen Pflanzen. Und zwar Ludwigia balustris hatte ich hier noch. Dann habe ich später noch ein paar Myrophyllum-Arten dazu gesetzt. Die eigentlich auch ziemlich einfach sind. Und die haben es zum Beispiel auch nicht geschafft. Die sind dann auch irgendwann mal abgestorben. Und das war noch, bevor das glomeratus alles überwuchert hat. Denn natürlich, wenn die Pflanzen hier irgendwo drunter wachsen, werden die kein Licht mehr abbekommen. Aber das ist auch so der größte Punkt. Manche Pflanzen können auch ganz gut mit wenig CO2 zurecht kommen. Und manche Pflanzen halt nicht. Und manche Pflanzen schauen da nicht so gut aus. So wie zum Beispiel hier der Tridentfarn. Der hat lauter Löcher. Und schaut gar nicht gut aus. Also der kann ja auch eher in den Schatten gut wachsen. Aber hier sieht der gar nicht gut aus. Und hier habe ich den frisch eingesetzt. Das ist der auch noch nicht so ganz perfekt. Aber der schaut halt eher normalerweise so grün aus. Und nicht so gelb-braun wie hier auf der Wurzel. Ansonsten das Monte Carlo am Boden. Das denke ich würde vielleicht ein bisschen besser wachsen. Weil das nicht komplett zugewuchert wäre. Und die Anubias verliert auch immer wieder mal Blätter. Also wenn ich jetzt hier so reingehe. Kann man sehen. Die wächst noch. Jetzt sehe ich die Green Yard. Aber immer wieder wirft die Blätter ab. Und hier sieht man. Der Tridentfarn ist auch noch zum Teil da. Aber er hat halt immer wieder braune Blätter. Die man halt rausholen muss. Damit das Ganze gut aussieht. Also grundsätzlich würde ich sagen. Man kann Aquarien auch gut ohne CO2 betreiben. Man muss immer nur darauf schauen. Was man haben möchte. Also was für ein Ergebnis man haben will. Zum Beispiel hier. Muss ich jetzt mal einen Rückschnitt machen. Das werden wir gleich noch machen. Dann machen wir das Ganze noch schön. Damit es wieder gut aussieht. Mit manchen Pflanzen funktioniert das gut. Manchmal muss man auch ein bisschen testen. Manchmal funktionieren ein paar schlechter. Ein paar besser. Das ist einfach so. Aber in Kombination mit einer schwachen Lampe. Und fast keinem Dünger. Also hier düng ich auf fast nichts. Kann das funktionieren. Es ist immer wichtig. Dass ein gutes Gleichgewicht da ist. Also wenn man jetzt die stärkste Lampe hat. Und viel düngt. Aber kein CO2 hat. Wird man Algen bekommen. Wenn man eine schwache Lampe hat. Und CO2 hat. Wären die Pflanzen schöner wachsen. Als nur eine schwache Lampe ohne CO2. Weil grundsätzlich wächst jede Pflanze besser mit CO2. Weil Pflanzen bestehen zum großen Teil aus Kohlenstoff. Und CO2 ist Kohlenstoff. Wichtig ist halt, dass es ein Gleichgewicht ist. Hier habe ich ja die Hyperbar von Skylight. Eine richtig gute Lampe. Die das sehr schön gleichmäßig ausleuchtet. Aber ich habe die um 50% runter gedimmt. Also es wird einfach viel zu stark. Vielleicht zum Filter. Da hat sich auch etwas geändert. Und zwar habe ich jetzt wieder den Dennerle Eckfilter montiert. Ich hatte da ja den Hang-On Filter von Oase. Aber ich habe das Aquarium jetzt wieder hier in den Raum gestellt. Das stand ja vorher in der Küche. Und hier war mir der Hang-On Filter einfach zu laut. Der von Oase ist ziemlich laut. Und das wollte ich hier nicht haben. Deshalb habe ich den Eckfilter hier montiert. Und der reicht hier auch vollkommen aus. Weil das halt auch so ein Low Energy Setup ist. Wo alles sich nicht so schnell entwickelt. Wie jetzt zum Beispiel in so einem Aquarium. Hier habe ich relativ wenig Pflanzenmasse. Also relativ viel Steine und Aufbau. Ohne Pflanzen. Nur im Hintergrund habe ich Rotalas. Rotala Green. Rotala Haga. Und Myrophilum Guiana. Und die brauchen da auf jeden Fall CO2. Zum einen dass die Rotala Haga was hinten wächst. Das ist noch relativ frisch. Auch rot wird. Und dass die so schön kompakt wachsen. Weil die können nicht so recht hoch wachsen. Und die muss ich häufig zurückschneiden. Und vor allem beim zurückschneiden brauchen die Pflanzen viel Energie. Und dann ist es oft so, dass die dann nicht schön nachwachsen. Wenn die kein CO2 haben. Also ist das auch ein Punkt. Also hier zum Beispiel würde ich sagen. Würde es ohne CO2 nicht so gut laufen. Da ist es zum Beispiel besser. Man hat eine schwächere Lampe. Zum Beispiel hier die Antwig von Skylight. Ist um einiges schwächer. Als jetzt zum Beispiel die Hyperbar. Aber es ist besser. Man hat eine schwächere Lampe. Dafür CO2. Dann wächst auch alles ein bisschen langsamer. Aber dafür schöner. Als jetzt zum Beispiel die allerstärkste Lampe zu haben. Aber kein CO2. Dann kommen wir zum nächsten Setup. Und zwar das 60p Piotop Style. Und hier habe ich auch kein CO2. Weil hier ist auch der Fokus nicht auf die Pflanzen. Hier habe ich einige Fahne. Aber sonst relativ wenig Pflanzen. Und auch eine schwächere Lampe. Und hier auch die Antwig von Skylight. Ist auch eine coole Lampe. Aber nicht so extrem stark. Und hier ist es auch so. Dass der Fahne. Das ist der Orange Tip. Auch zum Beispiel gar keine arangen Spitzen hier hat. Und einfach nicht so schön wächst. Es sind immer wieder Blätter die Löcher haben. Und nicht so schön sind. Und es ist auch so. Dass es relativ langsam wächst. Aber das ist in dem Fall für mich vollkommen okay. Weil das nicht der Fokus ist. Also wenn dabei braune Blätter sind. Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja auch hier so Laub reingeschmissen. Und die Schwimmpflanzen sind wieder eine andere Sache. Die sind ja an der Luft. Und in der Luft ist mehr CO2 als im Wasser. Und dann nehmen die das CO2 aus der Luft auf. Und wachsen dadurch auch ziemlich schnell. Das Aquarium hier. Das 120p. Da kommt auch wieder CO2 dran. Aber da ist jetzt nichts drin. Dann hier das 60p. Das ist wieder voll bepflanzt. Und da habe ich auch wieder CO2. Und auch eine relativ starke Lampe. Und zwar auch die Skylight Hyperbar auf 100%. Hier habe ich einen Bodendecker. Der wird auf jeden Fall ohne CO2 nicht so gut wachsen. Dann habe ich Bückseherbonika im Hintergrund. Ich habe gerade den Hintergrund ausgetauscht. Also ein bisschen neu gemacht. Pflanzen neu gesetzt. Ich hatte ja das Elecharis. Das habe ich zum größten Teil entfernt. Und nur noch die Aerial Kaulung nachgesetzt. Und auch ein bisschen was von der Black Leia Longifolia. Die habe ich erstmal damit sie größer wächst. Aber habe sie auch hier hinten eingesetzt. Und auch die Rotala Harau. Das Ganze habe ich aber erst gestern gemacht. Deshalb schaut das noch ziemlich frisch aus. Aber hier brauche ich auch auf jeden Fall CO2. Damit die Pflanzen schön und vor allem schön noch kompakt wachsen. Und auch noch im Rückschnitt wieder schön nachwachsen. Falls ihr euch wundert. Ich habe hier wieder umgestellt. Ich habe jetzt den 60p Schrank. Also meinen eigenen Massivholz-Hunterschrank. Hier hingestellt. Weil das einfach besser passt. Wenn hier die Schränke alle gleich sind. Ich weiß nicht warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber es schaut halt besser aus wenn dann hier der Holz-Hunterschrank ist. Die gibt es ja bei mir zu kaufen. Die Massivholz-Hunterschränke. Gerade ein bisschen Verzögerung. Bei meinem Schwager war das Hochwasser ziemlich schlimm. Und die Tischlerei stand ca. einen Meter unter Wasser. Aber sie sind gerade wieder am Aufbau. Und es wird weiter gehen. Und es wird dann die Unterschränke in Zukunft wieder geben. Aber aktuell wird es ein bisschen länger mit den Unterschränken dauern. Dann kommen wir hier zu dem Aquarium. Und das läuft auch ohne CO2. Aber hier ist auch der Fokus mehr auf dem Pflanzenwasser hinauswachsen. Es sind jetzt gerade nicht so viel. Weil ich letztens erst die Pflanzen zurückgeschnitten habe. Weil ich da Schneeschädlinge hatte. Also so Wollläuse. Und da habe ich die ganzen Echonotaurus-Blätter abgeschnitten. Die werden aber wieder kommen. Und unter Wasser ist einfach nur grün und alles voll. Aber wenn man genau schaut. Schaut das Elecharis zum Beispiel auch nicht so gut aus. Das sind braune Blätter. Das Moos hier wächst nicht so schön. Und auch die anderen Pflanzen wachsen okay. Aber es sind auch einfache Pflanzen, die mit weniger CO2 zurecht kommen. Das ist zum Beispiel auch Sagittaria. Das ist ein richtiges Unkraut. Die wächst auch ohne CO2 gut. Also ohne CO2-Zufuhr. Weil man hat ja immer CO2 im Wasser. Nur nicht so viel. Also nur relativ wenig. Wenn man halt keine CO2-Anlage hat. Dann hier mein neuestes Aquarium. Und zwar das Juwel-Aquarium. Und hier habe ich auch eine CO2-Anlage installiert. Weil ich auch will, dass alles schöner wächst. Aber zum Beispiel hier würde ich sagen mit dem Pflanzenbesatz. Mit dem Helantium als Bodendecker. Aufsichtsabpflanzen Anubias. Dann noch Windelofan im Hintergrund. Ein paar Kryptokarinen. Im Übergang ein paar Kryptokarinen. Und die paar Coppa. Die würden wahrscheinlich auch ohne CO2 wachsen. Nur nicht so schön und nicht so kompakt. Wie es dann hoffentlich in Zukunft bald sein wird. Also wie gesagt. Man kann Aquarien ohne CO2 betreiben. Und wie man hier sehen kann. Es schaut auch ganz okay aus. Also es schaut nicht schlecht aus. Aber wenn man halt mehr kompakteren Pflanzenwuchs haben muss. Oder auch ein paar schwierigere Pflanzen. Also es gibt ja auch viele andere Pflanzen. Außer die was hier sind. Die halt nicht so gut funktionieren würden. Und vor allem die Regeneration. Ist halt ein großer Punkt. Hier habe ich ja noch nichts zurück geschnitten. Und ich bin mal gespannt. Wie sich das jetzt so entwickeln wird. Nachdem ich hier jetzt alles zurückschneide. Ich werde die Pflanzen noch wieder nachsetzen. Nicht rausschmeißen. Weil das wäre auch ein Punkt. Wenn ich jetzt einen großen Rückschnitt mache. Alle Pflanzen rausschneide. Und rausnehme. Dann habe ich halt viel weniger Verbraucher im Aquarium. Das könnte dann auch wieder zu Problemen führen. Deshalb werde ich hier wieder viel nachsetzen. Aber ich kann euch nur empfehlen. Probiert mal eine CO2 Anlage aus. Eure Pflanzen werden einfach besser wachsen. Ich werde trotzdem in Zukunft noch immer wieder so Sachen probieren. Wie das. Und hier will ich auch erstmal keine CO2 Anlage anschließen. Und auch Aquarien ohne CO2 haben. Weil ich das auch interessant finde. Auch so easy Setups. Aber dennoch. Wenn ich ein schön bepflanztes Aquarium haben will. Dann ist CO2 einfach wichtig. Das macht vor allem auch alles einfacher. Natürlich kann man viel probieren. Und auch immer wieder mal Pflanzen nachsetzen. Und schon ab die wachsen. Aber wenn halt immer viel Pflanzen absterben. Belastet das auch das Wasser. Und macht es halt auch immer schwieriger. Dass es alles gut funktioniert. Hier nehme ich mir mal so ein Büschel. Und setze den hier hinten rein. Weil hier hinten ist noch ziemlich kahl. Und hier noch eine Portion. Ja hier muss ich auf jeden Fall was raus schneiden. Das ist schon viel zu viel. Da werden wir auch einiges entfernen. So der Trillenforn. Habe ich auch wieder ein bisschen schöner gemacht. Natürlich. Schaut der jetzt nicht so gut aus. So dann sammeln wir noch die ganzen Blätterreste ab. Jetzt sieht das Ganze auch wieder so aus wie ich es geplant hatte. Dass halt die linke Seite höher ist. Ich muss schauen ob ich den Filter vielleicht links hin mache. Aber lasse ich jetzt erstmal damit ich nicht zu viel um. Baue ich mal Aquarium auf einmal. Mache ich dann die nächsten Tage. Wasserwechsel würde ich normalerweise jetzt sofort machen. Nach dem Rückschnitt. Aber ich habe gestern einen Wasserwechsel gemacht. Und ja ich werde die nächsten Tage einen machen. Also in ein paar Tagen. Weil hier mache ich gerade öfters Wasserwechsel. Und dann mache ich dann hier auch einen mit. Und mache es jetzt nicht sofort. Ist nicht so ideal. Aber sollte hier jetzt kein Problem sein. Ich wollte hier generell noch ein paar Updates geben. Immer zu den Peraltarium und Terrarium. Also hier wie die meisten schon kommentiert haben. Ich sehe fast gar keine von den Vampirkrappen. Also jetzt schon länger nicht mehr. Mal schauen. Ich füttert immer wieder mal. Das Futter ist weg. Und ich habe auch einige Asseln hier drinnen. Aber wirklich sehen. Tue ich sie aktuell nicht. Es hat mal hier geschrieben, dass es bei ihnen auch so war. Und dann haben sie irgendwann Nachwuchs gefunden. Im Wasser oder im Wasserfall. Und danach hat man sie öfters gesehen. Also bin ich gespannt. Ich hoffe mal. Aber ja. Werden wir sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt hier ein, zwei Pflanzen entfernt. Die jetzt hier drüben im Terrarium sind. Da habe ich jetzt noch mehr Pflanzen bestellt. Ich glaube die hier habe ich beim Video letztens auch noch nicht gezeigt. Also auch noch ein Anthurium. Dann habe ich hier reingesetzt. Und ich habe jetzt noch mehr Pflanzen bestellt. Und die werden jetzt bald kommen. Gibt es vielleicht demnächst hier einen weiteren Teil von der fertigen Bepflanzung. Beim 120p wird es hoffentlich bald losgehen. Ich muss mal schauen, wann ich genug Zeit habe. Damit ich das auch gut einrichten und filmen kann. Dann ist ja bei mir auch immer so. Weil ich das ganze Filmen will. Muss ich mir immer mehr Zeit nehmen. Dass ich jetzt nicht anfange. Dann zwei, drei Sachen mache. Und dann wieder beim nächsten Mal weiter mache. Sondern dass ich gleich mal mehr Zeit habe. Um das Video zu drehen und anzufangen. Aber wird jetzt auch bald geschehen in den nächsten Wochen. Noch ein kurzes Update zu meinem Shop. Es gibt auch einen Tool-Stand. Und ich bin gerade dabei an anderen Sachen zu arbeiten. Also habe ich schon öfters gezeigt. Aber dazu mehr demnächst. Und hier auch schon neue Covers. Hier sind glaube ich auch noch welche drinnen. Muss ich auch noch rausholen. Laufen ganz gut. Freut mich, dass ihr die brauchen könnt. Ich finde es jetzt selber für mich praktisch. Und das ist so mein Ziel. Sachen zu machen, die ich selbst benutze. Und selbst haben möchte. Und die euch anbieten zu können. Also jetzt noch mein Endfazit zu einem 30er Cube. Und ob man CO2 braucht. Ich würde sagen, es kommt immer auf das Aquarium drauf an. Zum einen ist es immer wichtig, dass alles zueinander passt. Also Beleuchtung, CO2 Setup. Wünsche auch. Was man haben möchte. Wie man das Aquarium einrichtet. Das muss alles zusammenpassen. Weil das bringt nichts, wenn man die stärkste Lampe hat. Aber kein CO2. Oder CO2 hat. Viel düngt. Aber eine schwache Lampe hat. Und die Pflanzen nicht so werden, wie man es gern haben möchte. Deswegen würde ich sagen, es geht. Aber die Pflanzen wachsen immer schöner mit CO2. Also wenn ihr noch kein CO2 habt. Probiert das mal aus. Vielleicht mal mit einer Bio CO2 Anlage. Aber eine Druckgastflasche ist meistens die beste Lösung. Funktioniert immer am besten. Wenn ihr jetzt aber sehen wollt, wie ich den Cube eingerichtet habe. Dann klickt in das Video. Das ist die komplette Einrichtung. Wo ich euch alles genau erkläre, wie ich das gemacht habe. Wie es zu dem Ergebnis dann kommt.